Einen ganz wundervollen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir uns wieder mit der Elektroencephalographie beschäftigen und zwar mit den Frequenzbändern. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, wir messen mit einzelnen Elektroden, die irgendwo auf eurer Kopfhaut kleben oder vielleicht sogar im Schädel drin sind, wie viel Energie hier jeweils oder wie viel Spannung jeweils auf diesem Punkt anliegt. Und ja, da entsteht so ein wunderschönes Wellenmuster hier und genau dieses Wellenmuster ist eigentlich sehr, sehr ähnlich zu Audio, das heißt zu Ton. Und man kann es auch eigentlich relativ ähnlich verarbeiten und zwar gibt es auch wieder hier Frequenzbänder. Und diese Frequenzbänder habe ich hier mal ganz kurz aufgeteilt und zwar gibt es natürlich auch hier wieder Bereiche, die üblich sind und Bereiche, die vielleicht nicht so üblich sind, so wie bei Sprache eben auch. Nur wir können es halt nicht direkt sehen, was da für ein Potenzial anliegt. Oder eben auch bei Ton, da hören wir ja auch nicht alles. So, und ja, im Endeffekt ist das Ganze relativ simpel. Wir haben Energien oder Potenziale von 0 Hertz bis 4 Hertz, von 4 Hertz bis 8 Hertz und von 8 bis 13 und von 13 bis 30 Hertz und dann von 30 bis ca. 75. Wobei nach oben hin, da ist es jeweils davon abhängig, wie geübt oder wie trainiert sozusagen die Person ist. Und dazu komme ich sofort. So, das heißt, wir haben erstmal den Bereich von 0 bis 4 Hertz. Das sind die sogenannten Deltawellen. Danach kommen eben die Thetawellen, dann die Alphawellen, Betawellen und Gammawellen. Delta- und Thetawellen wurden erst später entdeckt, deswegen hat man die nicht so nummeriert, wie man das vielleicht erwarten würde, dass man mit Alpha anfängt und dann Beta, Gamma, Delta und dann Theta. Aber ja, nun ja. Auf jeden Fall ist das Ganze verbunden mit einer steigenden Konzentration bzw. Aktivität in der jeweiligen Gehirnregion. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel an meiner Brokers Area ein EEG anlege bzw. messe und dort ist gerade Gamma angesagt, also wirklich eine hohe, hohe Frequenz, dann ist das eher verbunden damit, dass meine Brokers Area gerade sehr, sehr aktiv ist und ich gerade am Sprache produzieren bin, wie jetzt zum Beispiel gerade. So, aber fangen wir vorne an. Wenn jetzt zum Beispiel Brokers Area bei mir komplett, naja, 0 bis 4 Hertz er muss, also eine Deltawelle, dann bedeutet das, ich bin ziemlich genau im Tiefschlaf. So, das heißt, meine Brokers Area ist so inaktiv, wie sie nur sein könnte. Und das ist relativ häufig der Fall, um genau zu sein, immer wenn wir schlafen. So, der Normalzustand wird allerdings, zumindest bei mir sein, eine leichte Entspannung in ungefähr einer Alphawelle. Und dazwischen sind dann halt die Täterwellen, die sind dann halt so quasi noch im Halbschlaf. Das heißt, wenn ihr Täterwellen 4 bis 8 Hertz habt, seid ihr ungefähr, naja, knapp vor dem Schlafen oder gerade am Aufwachen oder auf jeden Fall extrem entspannt, ja. Damit könnt ihr dann feststellen, wie entspannt ihr eigentlich gerade seid. Wenn ihr allerdings 8 bis 13 Hertz dort habt, dann seid ihr nur leicht entspannt, aber immer noch wirklich relativ gut dabei, also nicht wirklich was Anstrengendes am Machen. So, das heißt, im Normalfall wird Alphawelle, denke ich mal, im Brokers Area so ein bisschen Normalzustand sein. Während wenn ihr jetzt circa 13 bis, naja, sagen wir mal 20 Hertz habt, dann seid ihr im Bereich Aufmerksamkeit und im Bereich knapp unter 30 Hertz, da seid ihr schon fast im Stressbereich. So, und jetzt könnt ihr euch denken, wenn ihr Gammawellen habt, also über 30 Hertz wirklich, dann seid ihr wirklich stark konzentriert oder seid im Lernprozess. Und hier ist es faszinierend, je nachdem, welche Quelle man liest, da hat man dann tatsächlich Meditation. Das ist ein faszinierendes Thema, was Gehirnwellen angeht. Und ja, man kann den Effekt von Meditation tatsächlich messen, was mich sehr fasziniert hat. Und teilweise sind Meditationen tatsächlich in den Gammawellen drin, das heißt enorm starke Konzentrationen, aber teilweise sind sie auch eher in den Thetawellen drin, also enorm starke Entspannung. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend und zeigt mir so ein bisschen, wir wissen selber noch nicht so ganz, was genau eigentlich da jeweils abgeht. Es kann aber natürlich auch beides sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr meditiert oder nicht, aber ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Ich wäre gespannt, was ihr da berichtet, ob ihr, also schreibt mir das gerne mal irgendwie als Nachricht oder hier rein, ob ihr dort eher stark entspannt seid oder stark konzentriert seid. Würde mich wirklich mal interessieren. So, und ja, im Endeffekt ist das jetzt sozusagen der Grundbereich, okay? Das heißt, je niedriger die Frequenz ist, desto schwächer ist die Konzentration, desto stärker ist die Entspannung. Und wenn wir das jetzt nochmal zurückführen auf unsere ganzen Gehirnareale, dann können wir festlegen, zu welchem Zeitpunkt welches Gehirnareal wie aktiv ist. Und das kann natürlich sehr, sehr viele Vorteile bringen. Zum Beispiel jetzt bei mir gerade wird Brokers Area komplett durchdrehen, weil ich gerade extrem viel Sprache produziere. Aber andere Gehirnareale wie zum Beispiel das Sprachverstehen, also Wernikis Area, die wird bei mir natürlich relativ niedrig gerade sein, weil ich jetzt nicht wirklich irgendwas höre gerade. Ich höre jetzt nicht irgendwie, okay, da oben ist noch ein Let's Play auf, aber das gucke ich gerade nicht und deswegen muss ich da auch gerade nicht Sprache verstehen. Aber ja, so ist das tatsächlich und das ist relativ faszinierend. So kann man erkennen, welches Gehirnareal wann genau aktiv ist. Und wir wissen ja noch nicht mal genau, welches Gehirnareal was genau tut. Also wir wissen so eine grobe Einteilung, aber wir können doch nicht wirklich genau sagen, was jetzt wirklich jedes Gehirnareal tut und ob das bei jedem Menschen gleich ist. Wir wissen das einfach nicht. Und dabei kann natürlich auch das Messen, wenn wir eine gewisse Tätigkeit durchführen, sehr, sehr viele Informationen geben. Aber andersrum gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Informationen, wenn wir gerade messen und wissen, was ein Gehirnareal tut, wenn wir da messen, wie stark wir da gerade dabei sind, also wie stark das gerade belastet ist. Wir wissen auch noch nicht mal, ob das bei jedem Menschen wirklich identisch ist. Manchmal übernehmen Gehirnareale Funktionen von einem anderen Areal, weil das irgendwie lahmgelegt wurde. Das Gehirn ist super, super anpassungsfähig und das ist unglaublich fasziniert. So, und das Ganze bietet eine gigantische Möglichkeit, also gigantische Vielzahl an Möglichkeiten hier. Ihr könnt euch selber denken, was man mit dem Gehirn alles machen kann, ist klar. Also im Endeffekt, unser kompletter Körper funktioniert durch unser Gehirn, ja. Wenn ich jetzt hier gerade am Reden bin, dann funktioniert das im Gehirn. Wenn ich am Gestikulieren bin, was ich nebenher mache, auch wenn ich gerade keine Kamera anhab, dann ist das auch mein Gehirn. Und wenn ich, naja, etwas verstehe oder lerne, dann ist das auch mein Gehirn. Und wenn wir verstehen oder auch wissen, wie eigentlich unser Gehirn funktioniert, dann können wir einen Haufen, Haufen Zeug optimieren und können vieles verbessern. Wie zum Beispiel Epilepsie. Epilepsie ist ein richtig großes Thema, wo einfach manche Gehirnareale komplett durchdrehen und das könnte man dann besser verstehen vielleicht und dann auch vielleicht eher heilen. Aber das ist nur eins von enorm vielen Bereichen. Man könnte auch das Ganze zur Selbstkontrolle selbstverständlich nutzen oder für Prothesen. Also ihr seht, die Anwendungsmöglichkeiten, das sind wirklich nur Ausschnitte davon, ja. In der Medizin gibt es so viele Anwendungsmöglichkeiten dafür, aber selbstverständlich auch für euch. Und vielleicht kann man ja sogar das Ganze dann so weit bringen, dass man Dinge übertragen kann von einem Gehirn aufs andere. Sprich, ich kann zum Beispiel sagen, hey, ich möchte jetzt eine neue Programmiersprache lernen und sauge mir dann quasi einfach mein Wissen direkt in mein Gehirn rein und kann das dann direkt verstehen. Ist natürlich sehr, sehr kontrovers, das will ich jetzt hier gar nicht aufzählen, aber nehmen wir einfach mal an, es funktioniert, ja. Dann wäre das schon eine enorme Erweiterung für unsere Gesellschaft und für alle Menschen eigentlich. Aber ja, es gibt enorm viele Möglichkeiten zum Missbrauch und ich hätte wahrscheinlich auch nicht das Vertrauen in irgendjemanden, dass er mit meinem Gehirn rumpfuscht. Aber nur mal so, falls es möglich ist, wäre das schon ziemlich faszinierend. Ja, und selbstverständlich wird das alles noch untersucht. Da gibt es aktuell ein gigantisches Projekt, das nennt sich The Human Brain Project und es ist eine Kooperation von allen Bereichen, also von Informatik, von Robotik, von Medizin und von Hirnforschern und so weiter und so fort. Und das ist natürlich jetzt eine riesige Sache und ja, da versucht man das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne mal reingucken. Und wie gesagt, ich wollte hier ursprünglich mal dann mit dem EEG hier was machen, aber das bietet mir leider hier einfach nicht die Schnittstelle, um wirklich die einzelnen Werte auszulesen. Deswegen kann ich hier leider nicht mehr machen. Aber was ich jetzt von euch möchte, ist Feedback. Schreibt mir ganz gerne, ob euch noch irgendwas zu diesem Thema hier zur Signalverarbeitung fehlt. Und falls ja, könnt ihr mir gerne genau das Thema schreiben oder auch sagen, was es ist. Und dann schaue ich mal, ob ich vielleicht dazu noch ein ergänzendes Video mache. Aber an dieser Stelle sind wir vorläufig wieder mal am Ende dieser Reihe angekommen. Und ich danke euch, dass ihr so lange dabei wart. Ich danke euch, dass ihr Interesse an diesem Gebiet habt. Und ja, danke fürs Zusehen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.